Mein Name ist August Liebhardt. Ich bin also seit 1975 in der Immobilienbranche tätig, als Bauträger, Aufteiler und Hausverwalter. Die Situation auf dem Immobilienmarkt 2007 war sehr schlecht. Die Zinsen waren hoch. Man hat also damals mit höheren Zinsen gerechnet. Ich habe mich aufgrund Anraten meiner Hausbank zu einer Festzinsvereinbarung leider drängen lassen. Lauft seit zehn Jahren 5,5 Prozent Zinsen. Und dann bin ich im Dezember zur Firma Neuwirth gekommen. Und bei der Firma Neuwirth wurde mir dann offeriert, Leute, bleibt variabel, macht keine Festzinssätze. Wenn die Zinsen steigen, dann kann man sich festbinden, weil die Zinsen steigen nicht von heute auf morgen, sondern die steigen mit einer gewissen Vorlaufzeit. Hätte ich Herrn Neuwirth früher kennengelernt, hätte mir mit Sicherheit drei Prozent Zinsen erspart auf die Darlehenssumme über die Jahre hinweg. Heute ist es so mit der variablen Finanzierung, dass ich frei bin. Ich kann verkaufen, kann zurückbezahlen. Ich kann die Bank wechseln, wenn ich will, wenn ich nicht mehr zufrieden bin. Ich meine, der Umgang mit den Banken, das Verhandeln mit den Banken, das hat zum großen Teil der Herr Neuwirth also so in die Wege geleitet. Und das ist auch so, wenn ich sage, ich habe Fragen und sage, du, wir sind ja mittlerweile per Du. Kurt, was meinst du, wohin geht die Reise? Und da waren seine Empfehlungen bisher immer richtig. Mittlerweile, wir haben mehr Kredite laufen, machen wir nur noch variabel. Ich kann jedem empfehlen, bleiben Sie bei der variablen Finanzierung. Sie haben nicht nur den Vorteil von niedrigeren Zinsen, sondern Sie haben auch den Vorteil, dass sich die Bank, welche auch immer, wesentlich besser um sie kümmert, als wie wenn Sie heute eine Festzinsvereinbarung eingehen und unterschreiben und der Banker weiß, diesen Kunden habe ich zehn Jahre, fünf Jahre oder 15 Jahre. Vielen Dank.